Gutes, neues Jahr. Ach, bei mir ist noch der 28. Neues Jahr, neues Glück, neues Spiel, auf geht's. Nein, neues Spiel ist es nicht, altes Spiel. Immer noch Minecraft. Heiheihei. Hallöchen, die sind herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Zum ersten im neuen Jahr. Und damit wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Jawohl. Und wir befinden uns hier auf einer 8x1-Map, die jeder kennen sollte. Caravan, bisschen Oldschool auch. Und ich hab was Schönes zu verkünden. Und zwar dachte ich mir so, neues Jahr, neues Glück, altes Spiel, alte Regeln. Und zwar, ich will wieder etwas aktiver auf YouTube werden. Mal zeigen, dass es sich lohnt, ein Abonnent von mir zu sein. Und ich merke gerade, ich bin ziemlich am Arsch, weil der Typ ganz schön durchzieht. Ja, der ist gut am schützen. Heiheihei, Bruder, was ist los mit dir? Okay, super. Dann machen wir den jetzt erstmal alle, bevor der mich da komplett lang macht. Woher hat der denn instant so viele Blöcke? Okay, machen wir das einfach instant ready. Nein, bitte. Super. Perfekt. Super. Wär das Problem auch schon mal geklärt. So. Und zwar hab ich mir so gedacht, ja, werd mal wieder ein bisschen aktiver auf YouTube. Damit es sich auch lohnt, ein Abonnent von mir zu sein. Denn viele haben sich auch gewünscht, dass ich wieder aktiver werde, nachdem ich ein paar Live-Stings wieder gemacht habe, wieder ein paar Videos hochgeladen habe. Und dann dachte ich mir so, okay, neues Jahr, dann startest du dann mal sofort wieder gut ins neue Jahr rein. Ich hatte erst vor, ein Highlight-Video aus diesem Jahr zu machen. Aber daher ist es ja nicht so viel, ne? Deswegen, ähm, ja, belasten wir es einfach dabei, dass wir mit diesem Video ins neue Jahr starten. Und ich hoffe einfach, dass ich diese Aktivität durchziehe dieses Jahr. Und dass ich euch, meine Abonnenten, einfach wieder mal ein lächelndes Gesicht saubere mit meinen Videos. Und auch mal wieder ein bisschen was zurückkommt von mir an euch. Ihr habt euch so lange als aktive Mitglieder, sag ich mal, gezeigt. Habt mich unterstützt. Und das auch noch nach langer, langer Zeit, die ich nichts gemacht habe. Und da gebe ich jetzt mal wieder was zurück. Und zwar will ich auf jeden Fall, solange es geht, sehr, sehr aktiv sein auf YouTube. Ich versuche, so gut es geht, Videos hochzuladen. Produziere natürlich auch vor jetzt wieder. Ich will jetzt wieder so ein bisschen, ich sag mal, in den, äh, YouTube-Stress, sag ich mal, einsteigen. Hupsala, der hat schon kein Bett mehr. Ja, ich habe wieder so viel Bock, was zu machen für dieses Jahr. Ich habe echt mal wieder richtig Motivation getankt. Ich merke gerade, ich bin nicht gesoundmuted auf dem Test. Das wäre jetzt fast fatal geworden, wenn einer reingejaint wäre. Was gibt's so Neues? Was ist erwähnenswert? Im Prinzip nicht wirklich viel. Wie gesagt, produziere ich gerade vor einfach auf, weil ich am 1. Januar nicht sofort mich an den PC setze und denke, oh, lass mal aufnehmen. Natürlich ist das hier noch im alten Jahr produziert, das Video. Hoffen wir mal kurz, dass ich das MLG schaffe. Super. Nein, er ist ein Arschloch. Kannst du drehen wir uns mal kurz? Haha, tschüss. Komm, bring dich um, jawohl. Danke, Bruder. Mein Gott, Junge, was ist los mit ihr? Sorry, Mann. Okay, passt. Ähm. Alter. Kann ich denn die Britte bekommen? Danke. Wer sein Bett so gut einbaut, muss leiden. So, nur noch der gute Knuck HD. Der ist da hinten. Also wie gesagt, ich produziere natürlich vor. Das heißt, wenn ich vorproduziere, habe ich auch vor öfters Videos zu bringen. Das ist bei mir nun mal so bedingt. Ich bin direkt nach Jahresbeginn erstmal ein paar Tage weg, weshalb ich jetzt auch erstmal vorproduzieren werde. Ich werde versuchen, für fast jeden dieser Tage, wenn nicht sogar jeden dieser Tage, im Video zu haben. Kannst du mal... Also irgendwie ist der Typ... Komisch. Kannst du mir doch nicht sagen, dass das... Legit ist, dass der die ganze Zeit wieder auf dem Weg fliegt, ey. Ja, okay. Ist wahrscheinlich Legit. Mehr Luck, aber egal. Ich will den Kill haben. Knucki! Nein! Okay. Schade. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt wieder etwas aktiver sein. Neues Jahr, neues Glück. Und vielleicht auch wieder ein paar neue in der Küche. Community. Und die Alten bekommen neue Videos. Damit würde ich einfach mal sagen, frohes Neues. Und ja, man hört sich morgen wieder. Chill Middle.